Musik 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 Also nochmal Warum schreibt der eigentlich immer Tu? Weiß ich nicht Was ist ein Schalt? Weiß ich nicht Hast du nichts Ich denke ich bin mit dem m die stunde anster was machst du lasst doch mal keine ahnung ich lege mal alles voll mit den büchern wot jawohl was in der mitte 1 freilassen warum und dann ja alter wie viel level ich bekommen warum stell dich mal auf den ding drauf wo um alter level 1.800 mehr 18.497 okay sag 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 18.497 das kann ich mir sogar merker 18.794 497 ups 497 da merken wie gut ich mich wie gut ich mir sachen merken kann alter ist ja mal richtig aber warum ich soll es in der mitte leer sein keine Ahnung warte ich kann das kriegschau wenn du wenn du nix hast ach so wenn du nix drin hast das geht aber nicht ja das eine spawnt immer nach aber stell dich mal drauf wenn wenn nur das eine Buch drin ist du musst dich einfach auf den dinger drauf stellen dann kriegst du das äh aber ich habe gerade das papier reingeschmissen das geht nicht hast du geschrieben 18.497 ja warte 18.4 oh ja doch 18 18.497 hier guck bis dann hast du falsche reingeschmissen an 18.497 johon johon von hinten, 7, 9, 4, 8, 1 Warte 7, 9, 4, 8, 1 Alter, wenn das richtig ist Hä? Loll Ich kapiere das nicht so ganz 18, 4, 97 Aber warum ist das nicht die Lösung? 18 Kriegst du eigentlich was anderes, wenn wir da beide draufstehen? Nee Boah Ich muss mal die ganzen Scheißbücher entfernen 18, 4, 97 Vielleicht müssen wir die ja anders anordnen Hm Boah, ich finde es so umständlich die ganzen Dinge mal aus dem Inventar zu werfen Äh Ich werf's jetzt einfach mal da rein 18, 4, 97 Das heißt ja auch Experience Achso, das heißt Experience Da kommt 18, 4, 97 Aber die Lösung ist 3, 9, 6, 2, 6 Im Ernst jetzt? Ja Keine Ahnung Keine Ahnung was der sich dabei gedacht hat Oder was habe ich jetzt gesagt? 3, 9, 6, 2, 6 Glaub ich Aber warum? Jetzt bin ich gespannt Alter Ich hab keine Ahnung warum Lightning Oh, da geht ne Treppe rund Äh, ne leider Vielleicht muss man das verdoppeln Ich hab keine Ahnung Äh, drück mal was Ich bin hier unten Wo bist du? Hier Okay Ich bin unten Warte, warte, drück nochmal Du machst da jedes Licht Für jedes einzelne Licht Fürs jede Okay, und was muss da rauskommen? Warte, bei mir muss ich hier unten Bei mir muss unten ein Glas weg Mach mal Mach mal als Als Wo bist du? Mach mal ganz Geh mal ganz nach Zum Anfang Zum Anfang, ja Und mach mal da ne Null Wo Null? Also du machst jetzt Mach mal eins aus Ne, das nicht Nein, 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 nein Lass mal das alles an Das alles an An, an, an Und das jetzt Das zweite in der Mitte mach ich mal aus Welches zweite in der Mitte? Die zweite Reihe in der Mitte Mach jetzt mal aus Jetzt gehst du in die dritte Reihe Mach auch komplett an In welche Richtung ich an? Das ist jetzt an Und jetzt machst du noch in der zweiten Reihe Ganz hier, wo ich bin Ja, wie? Da, ja Das Nein, das nicht Das daneben Ja, genau Jetzt ist eine Null Achso Warte mal Ich will mir das mal angucken Wie das beide da unten aussieht Weil ich denk mir das ist Eins, Zwo irgendwas Fünf, Null Kann ich mir denken Warum eins? Weil da vorne kann bloß ne Eins hin Okay Ja, und was soll da dann hinkommen? In der Mitte? Guck mal, was leuchtet denn jetzt? Das ist der Glaub Ja, das mittlere Nur das mittlere Du musst aber die ganze Reihe anmachen Es leuchtet nur das mittlere Das heißt so, 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 so Okay, warte, warte Jetzt Wo stehst du jetzt? Stell dich mal in eine Ecke Hier In eine Ecke In eine Ecke Ja, okay, gut Jetzt gehst du Eins Das dritte und das vierte muss an sein So Und das andere Eins weiter noch Das da Nein, das wieder umlegen Das Und eins weiter, ja So, und jetzt gehst du von dem, das du gerade angemacht hast, ganz rüber zur Wand Ja An Das da Ja Ja So Okay Ah, das ist jetzt aber scheiße Das, das kann, was, was kann das für eine Zahl sein? Okay, warte, jetzt geh ich mal zum Eingang, ganz rechts Wo stehst du denn? Achso Also ich denke, dass das hier über mir eine 5 ist Ja, das ist Ja Oder eine 8 Ja, koordinier mich mal Eins, zwei Oh Pfff Da auch an Da auch an Halt Hier Nein Beide jetzt an, wo du, wo du drauf stehst und, und, da wo du jetzt drauf stehst Nicht Die sind doch an Nein Da stehst du jetzt nicht drauf Jetzt stehst du Eins weiter Das Ja Ja Oder das Bei mir tut sich da gerade gar nichts Das ��